Hallo und herzlich willkommen bei der Tischlerei Westerholt. Ihr Partner in Sachen Holz. Wir als Familienbetrieb stehen hier mit über 20 Jahren Erfahrung zur Seite. Wir als Bau- und Möbeltischerei befassen uns mit dem Spektrum Fenster, Türen, Wintergärten, Ladenbau, Küchen und Einbaumöbel nach Maß im Neu- sowie im denkmalgeschützten Altbau. Wir planen mit Ihnen Ihre Wünsche und Vorstellungen und setzen diese für Sie zuverlässig um. Wir freuen uns, Ihr Projekt aus einer Hand realisieren zu dürfen.